Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei gewissen Facebook-Freunden, die ich immer noch befreundet bin, die in der Corona-Panik sind. Ich traue mich gar nicht mehr auf diese Seite zu gehen wie Facebook. Zum Glück habe ich fast keine Zeit mehr davon. Aber wenn ich dann darauf gehe, dann sieht man so hanebüchene Shit, die wir schon vor drei Monaten gebrannt haben. Es ist echt schwer erträglich und ich denke, für viele Finden, die mir böse E-Mails schreibt, muss ich auch ziemlich unerträglich sein. Und trotzdem schaut ihr mich. E-Mail 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 – Tau, Tau, Tau E-Mail Vielen Dank.